Ah, hier, das hier ist alles Wüste. Naja, jetzt noch nicht. Aber ich bin, ich habe jetzt Route 4 dahinten. Man sieht es nicht so gut, ich sehe es mal auf der Karte. Hier, das hier ist ja von hier bis hier, das ist ja Route 4. Und dann ist ja hier die kleine Abbiegung zum Wüstenresort. Und dann bin ich jetzt fertig. Und das alles hier wird jetzt... Ob das die Portalurine wohl auch noch da reinfällt? Das alles hier wird Wüste. Ich blende hier mal kurz ein Bild vom Wüstenresort ein. Das finde ich schon sehr... ...epochal jetzt einfach, diesen Punkt erreicht zu haben, dass das hier jetzt voll versandet wird. Und zum Glück stehen hier nicht ganz so viele hohe Berge wie da. Ja, das wird ein tolles neues Projekt in Einall. Aber heute steht zur 250 Einall Westen wieder an. Und ich gehe deswegen mal kurz zum Westen. Wobei, habe ich überhaupt Erde dabei? Erde? Erde? Oh, nicht viel. Naja, dann verbaue ich die mal gerade. Und zwar Einall Westen, das war ja hier das Projekt, wo die Wüste gegründet werden soll. Ah, hier wäre die Wüste entfernt. Ahaha, wie toll. Und da hinten soll sie hinkommen. Ja, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie viel Wüste ich überhaupt noch... Ey... Wie viel Wüste ich überhaupt noch im, äh... Äh, wahrscheinlich keine. Ich habe ja... Ey... Ich habe ja jetzt nicht großartig neue Wüste besorgt. Äh, Wüste. Erde. Wie viel Erde ich noch habe, die er dann hier hin muss. Deswegen, ich verbaue die gerade mal. Und dann schaue ich mal im Lager. Ich vermute, da ist keine. Und ich kann erstmal... Das war's. Am Berg neben der Himmelspfeilbrücke farmen gehen. Das Lager, das Lager ist da. So, Glee. Da wollen wir doch mal nachschauen. Äh, mal ein bisschen, äh, Platz machen im Inventar. Und dann vermute ich, dass hier keine Erde ist. Wobei, Grasblöcke kann ich ja gebrauchen. Ah, ich habe tatsächlich ver... Ja, der auch? Wo kommt das denn? Äh, ich habe ja zuletzt, äh, Schlamm aufgeschichtet. Da musste ich ja auch Erde farmen. Aber damit war ich ja dann irgendwann fertig. So, also erstmal. Der rote Teppich, der kommt in die Wollekiste. So, damit kann ich doch erstmal arbeiten. Und dann wird hier jetzt weiter... ...aufgeforset. Wie man das ja aus vergangenen Folgen schon kennt. ...und einfach die ganze Erde schön hier intun. Und was kann ich denn dabei erzählen? Äh, ja, äh, in der nächsten Ask and Resurrection Folge wollte ich eigentlich von... Äh, äh, also das, äh, da habe ich mir schon was, äh, rausgesucht zum Erzählen. Aber das ist ja für Ask and Resurrection. Gerade weil, äh, die, äh, Reihenfolgen ja unterschiedlich sind. Bei dem Projekt hier und bei Ask and Resurrection. Das wäre jetzt sehr seltsam, wenn ich das jetzt hier erzähle. Und ich weiß gar nicht, ob die Vorgeschichte dazu in Ask and Resurrection schon hochgeladen ist. Das heißt, hier... Kann ich eigentlich nur wieder direkt in den Speed gehen? Oder... Was kann ich denn noch von einer erzählen? Äh, äh, ja, also ich finde das halt total... Oh, ob das nicht so tief wundert ist? Nein, nicht ganz so tief. Ich finde das halt total geil, jetzt, äh, die Wüste, äh, damit halt das neue Projekt zu haben. Auch wenn da eine ganze Menge erstmal wieder komplett, äh, platt gemacht werden muss. Und dann brauche ich sehr viel Sand. Aber den Sand, den hole ich mir jetzt von hier. Also wie gesagt, da werden quasi die Biome ausgetauscht. Äh, Wüste... Oh, der Kaxus steht aber fies. Wüste wird zu, äh, Wald. Und Wiese wird zu Wüste. Ja, das, äh, ist schon... Und ich meine, was ich hier abbaue, kann ich ja dann direkt, äh... Äh, gebrauchen für die Wüste, also... Hier darf ich jetzt aufpassen, dass davon nichts dispawnt. So. Also die Steine schon, die brauche ich jetzt nicht. Aber den Rest, den muss ich behalten. So, aber mein Winter ist ja jetzt gerade erst voll gemacht worden. Ja, und ich... Doch, hier habe ich noch komplett nichts wegschmeißen kann. Doch, komm, alles schön einsammeln. Alles schön einsammeln. Nichts wegschmeißen. Bevor ich das hier unten jetzt wegbuddele. Okay, hier ist aber gerade ein Schatten drüber gedüst. Wo kommt der denn her? Ach, das ist da hinten, diese... Diese Formation. Mal schauen, ob die auch irgendwann wegkommt. Naja. So, dann will ich hier vorne jetzt einmal die Erde setzen, um vielleicht ein neues Eventabler zu kriegen. Ach, jetzt fing es an zu regnen. Das in der Wüste. Ja, und schon kann ich nicht weiter, Mann. Das hier ist auch so... Oh, das wird jetzt abgebaut. Das hier war tatsächlich mal in der 1.6 noch eine meiner ersten... Äh, ein Schießstand, wo ich hier gegen Skeletze dann gekämpft habe. Ja, sorry. Das, äh, wird dann auch gleich weichen müssen. Ich glaube nicht, dass das die Folge heute überlebt. So, das... Ah. Hier sind wir noch nicht so... Ey, hier, jetzt nichts abbauen. Ey. Nichts abbauen, was schon da war. Oh, die Schippe hält doch nicht mehr lange. So, hier, die Erde darf ruhig da bleiben. So. Eieiei, hier wird Geschichte begraben. So, aber die... Sand will ich gleich bitte aufheben, wenn das Decken hier leer ist. Den bruch ich. So, und jetzt will ich den Sand aufheben. Dankeschön. Und ich hab hier... Jedes Mal, wenn ich hier bin, hab ich das Problem, dass hier kein Bett steht. Bin halt auch so weit außerhalb. Wie weit außerhalb bin ich denn, wenn man hier mal schaut? Ja, die nächste Stadt ist da und da. Ich bin wirklich so maximal entfernt vorbei. Hier drin könnte ein Bett sein. Ich schau mal grad nach. Ah, hier ist das wieder auch nicht besser. Hallo, ist hier ein Bett drin, ne? Was ist da hier? Ey, kein Bett hier drin. Äh, und vor allem diese Düsterlichkeit hier. Äh, ja, 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 da sieht man den Regen auch. Äh, ja, 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 alles überflutet hier. Alles überflutet hier. Hier, total überflutet. Ne, 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 dann, äh, geh mal kurz in die Stadt, Stadt und von mir da halt, äh, eine Müsse schlaf im... Warte mal, wenn ich's weiß, denn jetzt das Stadthaus, äh, das oder das? Ich versuch's mal hier mal schauen. Das ist ja... Was ist das denn jetzt? Ich hab keine Nachrichten. Ey! Wollt ihr da schon hin? Was soll ich denn senden? Ne, teleportieren. So, ha, hier regnet's auch. Was haben wir denn? Ja, und das denn muss auch noch alles zu Wasser gemacht werden. Wird mal gucken, ist das hier das Richtige aus? Ja, ich denk schon. Ja, aber, äh, beim Essenhaus hatte ich hier nämlich noch diese massiven Stämmel. Später bin ich da zu Zäunen übergegangen. Äh, ich kann in der Dunkelheit gar nichts sehen. Ich muss erst, äh, schlafen und kann dann gucken, was da steht. So, also einmal hier hoch. Ah, da steht das Bettchen. Das ist doch schon mal gut. So, äh, dann gehen wir mal wieder runter. So, und hoffen mal, dass wir jetzt sehen können, was auf dem Schild steht. Das ist Bell. Ja, wann Bell? Ich weiß es nicht mehr. Schon so lange her, aber... Ach ja. Ein neuer Morgen in Avenitia. Das ist doch schön. So, ähm, aber dann wollen wir mal jetzt hier, äh, äh, da geht's weiter. So, und jetzt können wir auch wieder mehr sehen, hoffe ich. Und da muss schon wieder was entfernt werden. Oh, ich hoffe nur, die Schippe... Hatte ich nicht letztes Mal dasselbe Problem? Also, ich hoffen musste, dass die Schippe bis zum Ende der Folge über steht? Äh. Naja. Die wird demnächst noch sehr viel beansprucht. Ich glaube, heute Morgen, als ich drüben dann angefangen habe, den Berg bei der Wüste wegzumachen, also bei der zukünftigen Wüste, nicht bei der aktiven Wüste, hätte ich auch schon gedacht, ich müsste die Schippe mal wieder heile machen. Aber heute Morgen hatte ich da keinen Bock und da konnte ich ja auch noch nicht damit rechnen, dass mich Twitter jetzt heute nach, äh, nach 1,5 schickt, um hier weiterzumachen. Ach, da habe ich einen Erde-Block verschenkt. Naja. In der Erde ist noch mehr Erde. So. Und dann immer... Äh, ja, da ist wieder ein Block... äh, ein Stack. So. Den Kaktus muss ich nachher auch mitnehmen, den kann ich nicht, äh, äh... Äh, auf den kann ich nicht verzichten. Weil Kaktusgrün wird ja auch öfter mal gebraucht. Und den kann man nicht so einfach wie Lapis... Ist halt nicht so, äh, inflationär wie Lapis. Deswegen will ich eigentlich schon gerne alle Kakteen auch einpacken. Ich meine, ist ja gut, wenn man so eine Wüste komplett abgrast, aber da bekommt man ja viel Kaktusgrün. So, und da ist schon wieder ein Platz durch dieses blöde Gobbel besetzt. So, machen wir weiter, ja? Gut. Mal hier schön... Äh, und wieder ein Stacken. Oh, komm, machen wir mal ein bisschen Grün weiter. Na, oder nicht? So. Ich meine, das wird dahinter sowieso alles Grün. Ob dann von Anfang an Grün ist oder erst mal Braun, ist dann, äh, äh, egal. Und ich denke, ich kann dann jetzt auch mal in den Speed übergehen. Okay. Okay. Jawohl. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.